»Gildo hatte uns lieb«, ein Nachruf auf den deutschen Schlager, von Rüdiger Böttcher. 1993 In einem Vorort von Dortmund will ich gerade einen Supermarkt betreten. Ein LKW vor dem Eingang versperrt mir den Weg. Ruckartig öffnet sich auf einmal die Seitenklappe und es erscheint »Gunter Gabriel«. Zusammen mit einer Countrygruppe, den Blähboys, wirbt er für einen bundesdeutschen Bohnensuppenhersteller. In diesem Überraschungskuh sind wir nichtsahnenden Anwesenden nun wirklich nicht gewachsen. Schluchzend fallen wir uns in die Arme. Und stolz bekennt daraufhin Erzschurke Gabriel, leicht angeheitert, aufgrund der überwältigenden Stimmung natürlich, er sei niemals in all den Jahren getingelt. Er nicht. Und alle glauben wir ihm, während wir unsere Suppen auslöffeln. Nach etwa dreißig Minuten ist der Spuk vorbei. Fasziniert bleibe ich noch stehen. Ich sehe, wie der Volksnerer Schlagersänger bereitwillig Autogramme auf Suppentüten und Gratis-CDs gibt. Und ich weiß plötzlich, er wird noch einmal wiederkommen. Der Schlager. Ja doch, der Schlager, meine alte Jugendliebe. Mit verheulten Augen und zerlaufener Schminke steht sie vor meiner Tür und bekehrt leise klopfend um Einlass. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das zurückte Weibstück will nach all den Jahren tatsächlich zu mir zurück. 1998 »Birmingham!« Dieser Ausruf brachte die Volksseele zum Überkochen. Bis zuletzt klammerten sich die Diebhaber des Schlagers an die Hoffnung, diese letzte Schlacht, angeführt von Meister Gildo Horn, siegreich zu beenden. Nach der Niederlage folgte die Kapitulation von Birmingham. Damit nimmt nun endgültig ein trauriges Kapitel der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ein Ende, das vor rund 20 Jahren, im Sommer 1977, in einer Massenhysterie gegipfelt hatte, die unser schönes Land an den Rand eines Ausnahmezustandes brachte. Von einer fast mystischen Zäsur war gerade die Rede. Auch heute noch werden die Toten der damaligen Schlagerszene von deren Sympathisanten heroisch verklärt. Helmut, 34, spricht für uns alle, wenn er sagt, »Ich bin durch Dieter Thomas zum Schlager gekommen. Er ist genauso verrückt und durchgeknallt wie wir.« Sprechen wir also über den Kopf der Bewegung, über Dieter Thomas Heck. »19 Uhr, 30 Minuten, 53 Sekunden, hier ist Berlin und hier ist sie, Ihre deutsche Hitparade!« So meldete sich der ehemalige CDU-Wahlkämpfer und Autoverkäufer jedes Mal zu Wort und fuhr dann fort. »Guten Abend zu Hause! Guten Abend Ihnen allen im Studio 3 der Berliner Union Film! Herzlich willkommen zur deutschen Verkaufssitzparade!« Damit waren etwa 15 bis 20 Millionen Sympathisanten, also Käufer, vor den Fernsehschirmen und 500 ausgewählte Gäste im Studio angesprochen. Ein kollektiver Rausch, regelmäßig auf die Spitze getrieben durch Heck's legendären Satz. »Klaus, wir können abfahren!« Und nun hatte ein Schlagerstar genau drei Minuten Zeit, um vom Publikum geliebt zu werden. So wie Howie, der während er seine zumeist traurigen Lieder sang, immer lächelte. Dafür liebten ihn dann alle. Er war es übrigens auch, der mit »Hello Again!« 1981 den letzten bleibenden Schlager brachte. Nach exakt drei Minuten kam jeweils das abrupte Ende. Klaus stoppte das Band, während der Sänger, hilflos, mit den Armen rudernd, noch seinen Satz zu beenden versuchte. Doch da kannte Dieter Thomas Heck keine Gnade. Denn es ging ihm nicht um ein Lied, sondern um den Menschen ging es ihm, wie allen Ideologen. Ein paar vertrauliche Insider-Informationen folgten noch, manchmal Blumenberge, »Danke!«, der Applaus schwoll an und »Ab!«, dafür gab's obendrein 2500 D-Mark Honorar. Nach besagtem »Hello Again!« folgten nur noch verzweifelte Versuche, das eigene Scheitern zu vertuschen. Heck hörte auf, als die neue deutsche Welle sein Lebenswerk ins Lächerliche zog. »Fast zehn Jahre Stille.« Und dann kam Gildo, der Musiktherapeut aus Trier, um die Sache standesgemäß zu Ende zu bringen. »Von Anfang an hatte sich die Schlagerbewegung maßlos überschätzt,« schreibt die Taz. »Und nun, als das achtseitige Schreiben, das heute Vormittag der Nachrichtenagentur Greuter zuging, darin heißt es, der deutsche Schlager sei der Versuch einer Minderheit gewesen, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft zur Abschaffung der Traurigkeit beizutragen.« Darauf folgte das resignierte Bekenntnis, auch der deutsche Schlager konnte keinen Weg zur Befreiung aufzeigen. Die Einsicht der Schlußerklärung verleiht der Schlager nach Hut zumindestens einen Hauch von historischer Größe. Doch was bleibt? Untertitelung des ZDF, 2020